Moin und damit herzlich willkommen zur NFL-Saison 1926. Das war die siebte NFL-Saison und die startete mit ganzen 22 Teams, das ist die bisherige größte NFL-Saison und diese Zahl wurde auch bis zum Jahre 1961 nicht überboten und sonst gibt es gar nichts vorher zu sagen und wir starten direkt ins Video rein. Die größte Storyline der Saison war die AFL, das ist die American Football League, eine Konkurrenzliga für die NFL. Sie wurde gleich aufgebaut und hat ein paar weniger Teams gehabt, aber sie wurde von einem ehemaligen Bears-Spieler gegründet, nämlich von Red Grange. Das war eine neu aufstrebende Liga, die auch neue Konzepte hatte und sie war viel mehr verbreitet als die NFL, also die Teams waren mehr gestreut und mit dem Rock Island Independence verlor die NFL auch gleich mal ein Team an die AFL. Aus Angst, wichtige Gebiete in Amerika zu verlieren, hat die NFL neue Teams gegründet, die auch an anderen Standorten waren, denn die NFL hatte ein großes Demografie-Problem. Zwar wollte die NFL eigentlich für ganz Amerika eine Football-Liga darstellen, so sagt ihr auch den Namen National Football League. Aber sie hatte nur Teams im Nordosten der NFL, was ich hier in der Karte mal kurz darstelle und deswegen gründete man die Los Angeles Buccaneers. So, weil da ist natürlich cooler, aber du bist nicht von da. Du bist nicht von da. Und die Louisville Colonels, um quasi den Midwest und auch den ganzen Westen quasi zu erobern und so auch Teams zu stellen, die auch andere Teile von Amerika betrachten können. Und die AFL hatte nämlich schon ein Team in Los Angeles, also in Kalifornien und da wollte die NFL natürlich nachziehen. Schieben wir mal kurz die Demografie beiseite und schauen uns die Legende aus Rochester an, nämlich die Rochester Jeffersons. Und die traten nach vier Jahren nicht mehr zur neuen Saison an, das heißt nach vier Jahren verlor die NFL ein wichtiges Team. Und zu Ehren dessen gucken wir uns mal die Standings der letzten Jahre an. Fazit ist wahrscheinlich für alle besser, dass der Spielbetrieb eingestellt wurde. Wie ihr vielleicht in der Karte eben schon sehen konntet, wurden drei Teams quasi als Traveling Teams betrachtet und das waren die Colonels aus Louisville, die Pros aus Acron und die Buccaneers aus Los Angeles. Und die haben quasi kaum oder fast gar keine Heimspiele gespielt und waren quasi nur Auswärtsteams, das heißt, die sind immer quasi immer im Nordosten der NFL quasi geblieben, so lange bis die Saison vorbei war. Und im Nachhinein betrachtet macht das ja überhaupt gar keinen Sinn, weil was war das Ziel? Das Ziel war es, dass man quasi Football auch im Westen spielt, aber wenn die Teams quasi immer Auswärts gespielt haben, hatten die Leute in Kalifornien ja trotzdem gar keine Spiele zu betrachten. Deswegen weiß ich gar nicht, wenn ich damals die Idee ausgedacht hatte, weil da hätten auch gerade einfach ein Team, was im Nordosten stationiert ist, spielen lassen können, weil da hätten die wenigstens Fans gehabt, die vor Ort waren. Neben den Buccaneers und den Colonels traten noch zwei weitere Teams der NFL beiden, zwar waren es die Brooklyn Lions und die Hartford Blues, zudem nannten sich die Racine Legion in Racine Tornadoes, die Acron Pros in Acron Indians, die Dool of Kellys in Dool of Eskimos und die Buffalo Bisons in Buffalo Rangers um. Die Cleveland Bulldogs setzen eine Saison aus. Einer der witzigsten Storylines, die ich in den letzten NFL-Saisons gelesen habe, fand in dieser Saison statt, nämlich in Brooklyn, und zwar die neu gegründeten Lions aus Brooklyn standen 3 zu 5, als sie die glorreiche Idee hatten, sich mit den Brooklyn Horsemans aus der AFL zu mergen. Damals in der AFL standen diese 1 zu 3, das heißt, man hat quasi ein super Team aus Brooklyn in New York bereitgestellt und die letzten drei Spiele spielten sie in der NFL, auch unter dem Namen Horsemans, nur um dann alle drei Spiele zu verlieren, ohne einen einzigen Punkt zu erzielen. Aus Schande haben sie nach der Saison auch den Spielbetrieb eingestellt. Schauen wir uns jetzt den dreifachen NFL Champion aus Canton an, nämlich die Canton Bulldogs, und die schafften aus 13 Spielen nur einen Sieg und sie setzen damit den Negativ-Trend den letzten Jahre vor. Und folgedessen haben sie nach der Saison auch den Spielbetrieb eingestellt, das heißt, ein Gründungsteam der NFL, eine quasi Legende damals, muss den Spielbetrieb einstellen und somit verlor die NFL natürlich ein Markenzeichen. Jetzt wird es Zeit, sich die neu gegründeten Auswärtsteams anzuschauen, und zwar die Los Angels Buccaneers haben guten Start hingelegt. Sie haben nämlich aus 10 Spielen 6 gewonnen, 1 Unentschieden und 3 verloren, was ein sehr gutes Standing eigentlich ist. Die Louisville Colonels konnten nicht ganz danach ran knüpfen, denn sie haben aus 4 Spielen alle verloren, 108 Punkte kassiert und nicht 1 Punkt selbst erzielt. Auch wenn es bei den Buccaneers nicht ganz so schlimm war, haben sie trotzdem beide den Spielbetrieb nach der Saison ebenfalls eingestellt. Das Meisterschaftsrennen war eigentlich keins, denn relativ schnell stand fest, dass die Frankfurt Yellow Jackets das Rennen gewinnen und sie haben wieder die meisten Spiele gespielt, wie die letzten Saisons auch, und haben aus 17 Spielen 14 gewonnen, 1-0 verloren und 2 Unentschieden gespielt. Dieser Rekord von 14 Siegen blieb relativ lange in der NFL bestehen und wurde erst in den 60er-Jahren gebrochen, genau wie die Anzahl der Teams, und somit stand der siebte NFL-Champion fest. Die noch heute bestehenden NFL-Teams haben auch nicht schlecht abgestimmt, denn die Bears wurden Dritter, die Packers Fünfter, die Giants Sechster und die Chicago Cardinals, also die heutigen Arizona Cardinals, wurden Zehnter. Das war es auch schon von der Saison und ich habe ja schon bei vielen Teams erwähnt, dass sie nach der Saison den Spielbetrieb eingestellen sollten und das waren noch lange nicht alle Teams, also wirklich sehr, sehr viele Teams mussten den Spielbetrieb einstellen. Die NFL hat drastische Entscheidungen getroffen und nicht mal Game of Thrones konnte einen vorbereiten, was da nächste Saison passieren sollte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.